UNTERTITELUNG Wie dunkel die Nacht oder trüb unsere Hoffnung auch ist. Fallt auf 4 Uhr tief. Auf Finsternis folgt immer das Licht. Willst du so weitermachen? Dann endest du als Penner auf der Straße. Trainiere. Streng dich mehr an als die anderen. Nur dann gewinnst du. Halte durch, dann kommst du durch. Du kannst das, Lou. Du musst nur dran glauben. Pap tut es. Ma tut es. Und ich auch. Louie, ein Moment des Schmerzes. Für ein Leben voller Ruhm. Festhalten! Wir werden hier draußen sterben. Werden wir nicht! Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wer ist der Olympia-Athlet? Sieh mich nicht an! Hallo Mutter und Vater. Hier spricht euer Louie. Ich bin in einem Kriegsgefangenenlager in Tokio. Ich kann das nicht sagen. Was da über Amerika steht, ist nicht wahr. Dieser Mann muss Respekt lernen. Jeder Gefangenen wird es ihm beibringen. Hörte! Hörte! Schlag zu! Ich dachte immer, ich könnte alles. Dass ich besser wäre, als ich bin. Wer sagt, dass du es nicht bist? Wenn du mir hilfst, das zu überstehen, schwöre ich, ich werde mit dir mein ganzes Leben. Komm, Louie! Wenn ich durchhalte, komme ich durch. Unten bleiben! Wenn der es fallen lässt, es schießt ihn. Komm schon!